Balcony TV Herzlich Willkommen zu Balcony TV Stuttgart. Wir sind hier mal wieder auf der wunderschönen Dachterrasse der Jugendherberge Stuttgart International. Heute mit der Band Miracles. Trotz Verletzung haben sie sich auf den steinigen Weg hier hoch gemacht, um heute für uns zu spielen. Welchen Song habt ihr uns mitgebracht? Wir spielen Dare to be you. Na dann mal los, wir freuen uns. Be you, dare to be, be you, dare to be, be you, dare to be, dare to be, dare to be you. No one's gonna dare, big glasses, black hair, poison water everywhere. The other side of fear, big oof, schade, dear, expensive chandelier. Can the wear hat, black cap, just red, could taste the archive. This is the last talk, fake smile, angry walk around the golden floor. So dare to be you, be different, be true. And dare to be you, breaking through. Dare to be you, dare to be you, dare to be you. Dare to be you, dare to be you, dare to be. And laminated scars packaged in jars, could you ever shine like stars? And would you say yes to this impressive dress? Though you're depressed in your mess. And what if it's a right, broken wings, but just slide side by side to the light. And somewhere between, beggar or queen, I thought it was me. Dare to be you, be different, be true. And dare to be you, and dare to be you, breaking through. Dare to be you, dare to be you, dare to be you. Dare to be you, dare to be you, dare to be you. Be who you are, not who the world wants you to be. Repeat after me I am free And I am free 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 Oh, I am free I am free So dare to be Be you Dare to be Be you Dare to be Be you Dare to be Dare to be Be you Dare to be Be you Dare to be Be you, dare to be you, dare to be you. Herzlichen Dank für diesen schönen Song. Gerne. Sehr cool. Ich verdecke euch leider ein bisschen, Jungs, es tut mir leid. Aber so ist das auf unserem kleinen Balkon hier bei Balcony TV Stuttgart. Ihr habt gerade ein Crowdfunding, mehr oder minder abgeschlossen und ist für euer neues Album. Ganz genau. Erzählt. Das werden wir jetzt die nächsten Monate bis ungefähr Ende des Jahres verwirklichen und dann im neuen Jahr kann man die erwerben, meine EP. Sehr schön. Wird das per Download sein? Wird das auf dem Label stattfinden? Wisst ihr das schon? Das kann man per CD, bestimmt auch per Download, aber die ganzen Infos findet ihr dann sicherlich noch. Super, dann kommen wir auch gleich zum Thema. Wo finden wir denn die ganzen Infos, wenn man euch auch liken möchte? Ich habe eine wunderschöne Homepage www.miracles.com und auf Facebook natürlich auch mit dem Schrägstrich und dann Miracles. Wunderbar. Möchtest du noch mal ganz kurz buchstabieren? Ja, ich glaube schon. Also M-I-R-I-C-A-L-L-S. Herzlichen Dank. Dann vielen Dank für euren Besuch. Cool. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet bei Balcony TV Stuttgart. Und... Back in ETV! B- fácil... B- fácil... B- fácil... Untertitelung des ZDF für funk, 2017